Wie berechnet man die Dauer zwischen zwei Uhrzeiten in Microsoft Excel? Ganz einfach, man subtrahiert die eine Uhrzeit von der anderen und hofft, dass das Ergebnis nicht negativ ist. Spaß beiseite, ich erkläre dir jetzt, wie du es richtig in Microsoft Excel machst. Zuerst musst du sicherstellen, dass deine Uhrzeiten im richtigen Format vorliegen. Dazu starten wir mit unserem Beispiel. Hier schreiben wir nun die Startuhrzeit hinein, in dieser Spalte das Ende und für die weiteren zwei Spalten lassen wir uns die Stunden und auch die Minuten ausgeben. Nehmen wir als Startzeit 19 Uhr. Hier wird bereits von Microsoft Excel erkannt, dass es sich um eine Uhrzeit handelt. Ich kann diese auch separat hier im Menü unter Start, Zahl und dann auf das Zeitformat wechseln. Dasselbe gebe ich nun hier an und habe nun Start und Ende angegeben. Ich formatiere das noch und werde nun im ersten Schritt die Differenz mir ausrechnen. Wie eingangs erwähnt, kann ich doch einfach das Ende vom Start abziehen und erhalte als Ergebnis bereits eineinhalb Stunden. Auch hier wiederum wird bereits das Format Uhrzeit angewendet. Dasselbe wäre dann auch mit dem Startende für die Minuten, jedoch muss ich hier einen Zusatz angeben. Und zwar, indem ich auf das Format gehe, Zellen formatieren. Und dort kann ich ein benutzerdefiniertes Format angeben und zwar MM für die Minuten und erhalte nun die Minute 30. So ganz bin ich aber nicht damit zufrieden und möchte euch zwei weitere Möglichkeiten vorstellen, wie ihr euch die Stunden und Minuten ausrechnen könnt. Dazu gibt es in Microsoft Excel auch die Möglichkeit der Funktion Stunde und gebe hier exakt dieselbe Berechnung an. C4 weniger B4 und erhalte nun zunächst keine sinnvolle Angabe. Jedoch, wenn ich im Format von der Uhrzeit auf Standard umstelle, erhalte ich nun die Differenz bzw. sollte ich das Zahlenformat angeben. Als nächstes gebe ich hier noch die Minute mit der gleichen Berechnung an und zur Minute Ende weniger dem Start. Und auch dort muss ich auf der Standard umschalten bzw. Zahlenformat und erhalte nun 30 Minuten. Wenn ich aber als Ganzzahl die Werte ermitteln möchte, so kann ich folgendes anwenden. Und zwar für die Stunden kann ich angeben. Zahlenwert. Korrektur. Den Zahlenwert benötigen wir nicht, sondern wir benötigen C4 weniger B2, geben darüber eine Klammer und multiplizieren diese mit 24. Wie wir sehen, erhalten wir nun als Ergebnis eineinhalb Stunden von 19 bis 20 über 30. Das selbe kann ich mir aber auch in Minuten ausgeben lassen. Dazu gehe ich wie folgt vor, wiederum das Ende weniger dem Start und multipliziere diese mit 1440. Somit erhalten wir nun 90 Minuten, eine volle Spielzeit im Fußball sozusagen für diese Differenz. Wie ihr seht, könnt ihr mit diesen drei Möglichkeiten oder Wege und Methoden euch die Differenz zwischen einem Start- und Enduhrzeit ausrechnen. Ich hoffe, du konntest damit dir wieder viel Zeit ersparen in der täglichen Arbeit und bitte dich an dieser Stelle den Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann. Und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal durch dieses Abonnement unterstützen und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg. Bis dahin, alles Gute. Bis dahin, alles Gute.